Klepp-Absauganlagen GmbH – Ihr Partner für saubere Arbeitsluft. Mit hoher Expertise entwickelt und fertigt die Klepp-Absauganlagen GmbH effiziente Absauganlagen und Filtertechnik für unterschiedliche Medien und Schadstoffe. Kunden nutzen Systemlösungen zur Erfassung und Reinigung der Arbeitsluft und tragen somit zur Gesundheit ihrer Mitarbeiter bei. Auf dieser Basis steht die punktgenaue Absaugung bzw. Filterung von zum Beispiel Löt- oder Schweißrauch, Gasen, Dämpfen oder Gerüchen sowie von Stäuben jeder Art im Leistungsspektrum individuell gefertigter Anlagen, die spezifische Anforderungen exakt erfüllen. Ob Erstinstallationen oder Nachrüstung, ob Einzelgerät mit unterschiedlich vielen Erfassungselementen, Kombinationsmodelle, Saugschlitzkanäle oder eine Absauganlage für bis zu 40 Arbeitsplätze in zum Beispiel der Elektroindustrie. Alle geräuscharmen Anlagen überzeugen durch leistungsstarke Absaug und großflächige Filtertechniken. Unter der Leitung von Gisela und Lothar Klepp bietet das Unternehmen bis hin zum Reparatur- und Wartungsservice sowie einem umweltfreundlichen Pfandsystem für Aktivkohlefilter nachhaltige Projektierungen europaweit.